Ja, mach das nicht! Mach das nicht! Hey, jetzt fängst du an! Läuft das schon? Ne, ich steh nur umsonst da rum. Oi! Tja, wir sind heute ein bisschen du hinter der Udo sowieso. Wieso heute? Du! Da liegt an der Hitze, Udo, 30 Grad! Ja, apropos Hitze jetzt. Leute, ich bin jetzt mal in Schutz, ganz ehrlich. Also, wir haben 40 Grad. Wir haben 40 Grad und ihr verlangt jetzt von mir, weil Papas Brust euch genährt hat, dass ihr jedes Mal was in den Schlup kriegt. Aber das, du, das ist ja schon Standard. Ich koche erst wieder mit Steffen, Henssler und Laura Rotorra hier. Papas Brust, Laura Rotorra! Das bringt dir eh nichts. Bei dir gibt's Hamburger, Bratwurst, Insepten in Variation und Spiegelei. Und jetzt gehen wir, das Spiegel war ja ganz vorne. Jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt fangen wir mit Rühreier an. Das meinst du auch nicht. Ja, wenn ich die Eier dann drehe, dann wird's mit Rührein gehen. Vielleicht lege ich die auch draußen hin und versuche die zu kochen. Ja, ja. Als Experiment. So, erst mal Moin da draußen. Wir, Oli und ich, wir gehen jetzt bei den Boxen bei. Was wir letztes Mal verkackt haben. Was? Hast du einander packt? Wir haben da gelackt, aber nicht verkackt. Ach so, okay. Wir haben gelackt. Mach mir nur die Boxen davon, wenn ich fahre. Alleine haben wir nur noch knackt. Das Problem ist ja, du fährst dann mit dem. Warum das denn nicht? Nee. Wenn ich auf Rente bin. Du fährst den Fahrzeugschein. Du? Wo ist der Fahrzeugschein? Also ihr habt's gehört. Wie viele Wochen ist das jetzt wieder her? Drei, Oli. Ja, natürlich. Mach mal drei dabei. Aber wir wollen hier keine anderen Karten, ne? Wir lacken nur. So, auf geht's. Kann man doch so einen Fahrzeugschein nachkriegen? Na, ich hab den ja irgendwie. Wenn ihr den Brief ja auch noch findet, das wäre ja schon mal ein Vorteil. Wird das schwierig? Aber jetzt habe ich mal eine Frage, wo wir gerade bei dem Thema sind. Das ist vielleicht auch echt interessant für die Zuschauer. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich habe ja diesen Fahrzeugbrief und den Fahrzeugschein. Hab ich. Ich weiß bloß nicht wo. Ich weiß, wo ich den eingepackt habe, wo ich umgezogen bin. Aber ich hab den. Ja. Wir nehmen ja einen anderen Motor. Ja. Wie verhält sich das da? Kannst du das nicht einmal so erklären? Für Leiden wie mich? Was heißt jetzt, wie verhält sich das? Ja, der Motor ist ja größt. Ja, die Papiere. In den Papieren steht da drin, was da für ein Motor drin ist. 1,6. Ja, aber wir haben noch einen ganz anderen. 1,9. Ja, aber das muss doch dann irgendwie von irgendwem abgenommen werden. Richtig. Wir machen von der 9 F hatte 6. Die Zahl rumdrehen, da hast du die 6. Wir wollen jetzt mal benötig reden. Ja, das war die erste Frage. Ich schätze mal, das wird beim TÜV abgenommen und dann wird das umgezogen. Ja, dann müsste der TÜV dann, ja, den Motor muss er eintragen. Dafür muss er aber gucken, was muss denn drumherum noch alles umgebaut werden. Passt die Bremserlage vom 1,6er zum 1,9er, muss andere Bremserlage rein. Da muss vielleicht eine stärkere Achse rein. Vor allem die Hinterachse mit einem stärkeren Defensiat, mit einer stärkeren Gelenkwelle, weil du ja mehr Kraft hast. Passt das Getriebe vom 1,6er auf 1,9er. Ich müsste eigentlich alles vorher mal geklärt werden. Eine kleine Zwischenfrage, wurde das denn irgendwann mal geklärt? Oder haben wir einfach den Motoren dabei? Wie soll man das klären, wenn die Papiere noch nicht da sind? Ja, man kann ja schon vorher mal mit dem TÜV anfragen. Man muss jetzt nicht mit den Papieren hingehen und sagen, ich will einen 1,9er Motor oder bei Opel nachfragen kann man auch. Oder viele wissen das ja auch aus der Truppe, die Zuschauer wissen ja auch, was machbar ist. Aber klar, man muss natürlich, bevor man den Motor da einbaut, erstmal klären, ob das überhaupt Sinn macht, ihn einzubauen. Wahrscheinlich ist die Elektrik auch ein bisschen anders, eventuell. Weißt du noch, wo wir den weg hatten, was der gesagt hat? Das kann sogar sein, dass der ganze Fahrzeugtunnel da nicht passt, wenn ein 1,9er Getriebe drin muss. Der Tunnel vorliegen, wo weißt du, hat der denn auf? Sven! Panzer! Panzer! Sven! Kannst du auf Abruf machen? Auf Abruf, ein Anruf. Ein Anruf. Ich bin jetzt schon wieder in der Krise. Deine Aussage gerade, das war der Hammer. Du kommst jetzt, wo wir so viel Arbeit da reingesteckt und sagst, der, wo wir den Manta gekauft haben. Der hat gesagt, ich könnte jetzt schon wieder in den Strahl. Also ey, warum kommt ihr denn hier? Warum holt ihr einen 1,9er Motor, wenn ihr in Vorfletschung bist? Ja! Dieser Motor, den habe ich besorgt von Manta-Daddy, einen Tag nachdem wir das Auto hatten und tun, bis er das passt. So war das. Aber du, das ist ja so, wenn Probleme auftauchen, die können wir ja wieder lösen. Das ist ja so. Ich komme immer näher zu dir. Immer näher. Nee, Oli, ich kann gerade nicht. Weißt du, wenn er so eine Aussage macht, ich habe den einen Tag nach dem Manta, anstatt erst mal zu warten. Das war ja so. Ey, blinke Chaos hier. Das war ja so. Das war ja nach der ersten Bestandsaufnahme. Ja, der Motor, da fehlt ja einiges dran. Ja, gucken wir mal. Ich gucke mal. Bei Manta hat der nie. Da habe ich da angerufen. Ja, schick mal. Die dir. So, das ist in Ordnung. Ich möchte jetzt erst aktiv arbeiten. Das heißt, ich möchte die Buchsen erst mal einbauen. Und du gehst jetzt bitte an dein Herd und versuchst das bestmöglich rauszuholen. Mit dem grünen Futter da, die Karinchen und allem drum und dran. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Boah. Wenn das jetzt so weit ist, dass so eine Frage aufkommt, wollen wir nicht einfach mal eine Sommerpause machen? Nee. Nur aufgehen. Kann nur für ihn bauen. Was sagst du denn? Was soll ich denn? Ist das jetzt hier wie bei Grill den Henssler im Programm, dass ich hier so eine Dings in die Stelle kriege und gesagt wird, mach mal was draus? Ja. Na, das Hauptthema ist doch klar. Toast. Toast on the rocks. Und Ei. So. Das ist ja... Habe ich gerade ein bisschen dick gehoben. Ja, aber wozu? Was sagst du immer? Hau, das passt doch raus. Das Auge ist mit. Ja. Aber das brauche ich bei Torb nicht sagen, weil Torb sieht ja nichts. Da kann ein Auge auch nicht mit essen bei ihm. Das stimmt doch gar nicht. Nee. Weißt du, Torb, ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, ich würde dir freigeben. Danke. Aber nach mir geht es nicht. Also setz dich in Bewegung und schmeiß das Scheiße an. Hä? Nee, Sven. Nee. Du kannst schon auf Badelatschen hier arbeiten. Nicht so wie wir mit den goldenen Schuhen. Ja, die haben wir uns doch nicht verdient, ne? Wollte Schuhe. Ja, das ist ja... Was machst du denn jetzt? Handschuhe anziehen. Ja, weil ich eben die Handschuhe anziehen will, dann will ich eben zu da hinten... Bis du dich hältst. Ja. Ich will mir da hinten die Sache doch mal angucken, da hinten. Mit dem Blech. Und dann muss ich da jetzt im Olli... Wieso Olli? Ja, weil... Nein, ich muss... Aber die Bühne musst du mir zeigen, wie die Bühne runtergeht. Und dann will ich mir das eben angucken mit dem Blech nochmal. Schon so ein bisschen wie bei der Lebenshilfe, ne? Bitte? Das ist schon so ein bisschen wie bei der Lebenshilfe, oder? Blimmer. Ja. Und was machst du denn hier jetzt? Keine Ahnung. Irgendeiner muss sich das eben hier ja angucken. Warte, ich hab's schon gut gefallen. Was willst du denn mit der Pfanne? Du kannst... Du weißt doch gar nicht, was ich machen möchte. Eiersippe. Stichei. Habt ihr irgendwie eine gute Lebensmittel... Dings hier... Ach, jetzt... Eine gute Lebensversicherung oder so... Warum? Lebensmittelvergiftung? Warum? Klingt nur so... Weißt du, was du leben könntest? Komm... Nimmst du von Mati hier das schöne Rollbrett... Machst das sauber... Machst das um das Kopfstück ab... Legst das auf den Grill... Dann hast du eine Pfanne. Wieso? Du hast doch hier... Ihr könnt doch... Eiersippe... 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 Ein bisschen was von dem Zeug reinmachen... Hast du ein bisschen grün... Was fürs Auge... Dann kann mir nur einer helfen... Hier rüber zu kommen... Ohne dass die Eier runterfallen... Ich wollte mir das noch mal angucken... Hier vorne mit der Stelle... Da vorne... Hat er gemacht worden... Letztes Mal schon geguckt... Von gucken wird er nicht fertig... Nein... Aber trotzdem muss ich das mal angucken... Und weil ich so... Ich bin irgendwie so in dem... Ich bin einmal mal rumgelaufen... Um das schöne Auto... Und da war ich gerade hinten beim Heck... Habe ich mir die runden Lampen nochmal angeguckt... Wie geil... Da war ich so ein bisschen eben... In Trance... Ja trotzdem wird er nicht fertig... Ja das weiß ich... Aber ich fahre so ein bisschen in Trance... Ich bin ja gerade Sie auch... Du musst mich auch ein bisschen damit... Beschäftigen wieder... Mit dem Mandel... Wir puzzeln jetzt... Wir gucken jetzt die ganzen... Buchsen und Gummisiefer haben... Dass wir die erstmal den einzelnen Teilen... Zuordnen... Also einen habe ich schon gefunden... Das habe ich gleich gesehen... Der kommt hier oben drauf... Dafür haben wir diese gute alte Zeichnung hier... Hier kannst du mal drauf... Komplette Explosionszeichen... Wo dann die ganzen Einzelteile... Aufgeführt sind... Und dann können wir damit... Schön uns die Sachen zusammensuchen... Die wir brauchen... Auch nachher die Schrauben... Hier sind die Särme-Schrauben... Das werden wahrscheinlich auch schon... Die hier sein... Und so können wir uns da... Hier... Schrauben sitzen... Querlenker oben... So werden wir uns dann... Nach und nach... Alles beiholen... Die Buchsen einpressen... Und wenn alle Einzelteile fertig haben... Dann können wir anfangen... Die Teile anzupassen... Also das heißt... Erst werden die Buchsen reingepresst... Die Buchsen reingepresst... Wenn sie nötig ist... Die Fraggelenke hier... Unten und oben reingedrückt... Also hier werden welche reingepresst... Und hier wird da reingepresst... Ja genau... Da wird wahrscheinlich geschraubt... Das ist da oben... Das ist da der... Die wird dann geschraubt... Und da geht ein bisschen wieder los... Wo sind die Schrauben? Das ist ja das Thema... Weil ich sage... Wir müssen einfach gucken... Dass wir überhaupt dann... Für die Sachen... Alle Schrauben finden... Ansonsten halt... Über die Liste hier gucken... Welche Schrauben wir noch nachkaufen müssen... Da ist auch noch ein Karton... Ne... Und Lenker vorne... Haha... Die kommen jetzt... So... Das ist das erste Teil... Ich wurde wieder gezwungen... Heute... Machen wir wirklich was armes... Der Manta... Muss fertig werden... Wir müssen sparen... Ich glaube ich versuche heute einmal... Arme Ritter zu machen... Erstmal machen wir die Eier fertig... Mit ein bisschen... Gemüse... Oder wie das heißt... Hier ein bisschen... Gewürz und so... Zack... Zack... Gucken wir mal wie viele wir brauchen... Zack... Zack... Da hauen wir jetzt noch ein bisschen Salz... Und Pfeffer rein... Zack... Zack... Die Umhüllung für die Toast... Und... Natürlich noch ein bisschen... Paprika... Oh das ist jetzt zu... Oh man... Natürlich... Kurze Frage zwischendurch... Ja... Siehst du überhaupt mit der Sonnenbrille unten was? Ja... Bist du wirklich gut... Ich habe jetzt so ein Stück Gummi gefunden... Der sieht auch gut aus... Hast du jetzt schon... Irgendwas mehr gemacht... Außer gucken? Ja... Ich habe jetzt... Lampen angemacht... Und jetzt habe ich mir... Dieses hier nochmal vorgenommen... Hier... Aber... Das muss ich mit dem Blech da hinwegziehen... Und dann muss ich mal schauen... Ob ich da irgendwas zurecht schneiden kann... Ja... Das weiß ich auch noch nicht... Dann muss ich jetzt mal gucken... Ob das geht... Wollen wir denn die Reste hingeschmissen? Da kann man doch... Zwei Reste runter schweißen... Aber das weiß auch keiner... Wo die Reste liegen... Das müssen wir irgendwo drauflegen... Am besten wäre das da hinten auf... Aber der Tisch... Guck mal... Der Tisch ist auch hier immer voll besetzt... Ja... Die Achse liegt da auch noch drauf... In Wochen schon... So... Die Achse muss runter... So... Dass wir hier auf dem Tisch... Ein bisschen Platz kriegen... Dass wir da auch ein bisschen... Blech drauflegen können... Dann messen schön... Hinten mit dem Zollstock... Das Blech nochmal ausmessen... Schön aufzeichnen... Mit Edding... Und dann einmal mit der Flex... Ausschneiden... Ja... Aber guck mal... Da haben sie die Teile... Guck mal dahin... Hier... Dann haben sie den Polier... Hier haben sie ja mit so einem Cockpit spray... Ja... Bei dem wollen wir noch nicht... Das läuft hier nur rum... Dann haben sie das alles... Hier so liegen lassen... Ja... Kannst doch nicht sagen... Aber die Achse... Die ist schwer... Die kann ich nicht alleine heben... Früher habe ich das gekonnt... Als ich 30 war ja da wohl... Oder... Oder als ich so alt wie Udo war... Mit 58... Ja... Da hab ich dann noch... Aber jetzt nicht mehr... Udo... Kannst du mal kurz mit anpacken? Olli... Olli... Komm... Wo willst du denn hin damit... Ne... Aber fast... Der ist doch noch mal arbeiten... Ja... Komm... Wo willst du denn hin... Einfach irgendwo hier... Hinschmeißen... Und warum? Ja... Weil wir den Platz brauchen... Wir wollen hier ein bisschen aufräumen... Wir wollen hier ein bisschen... Dass wir auch mal den Tisch benutzen können... Als Arbeitsfläche... Ja... Dafür ist das wohl wahr... Dann ist doch geil... Mitten in den Fläche... Keine Front zurück... Genau... Ja... Geh mal wieder... Ich kann ja nicht fahren lassen... Na... Wie ist die Lage... Ja... Ich hab die ersten beiden... Sachen drauf... Da kommen jetzt die Erfahrungen vom Auspressen hinter mir so bei... Da kann man jetzt wissen, wie wir das machen... Wie machst... Was machst du jetzt genau da? Das können wir da reinziehen... Mit der Verschraubung? Ja... Achso... Weil du mir vorhin erklärt hast... Sonst geht das hier schief... Ja... Das kommt gleich beim anderen gleich... Das ist halt der andere Baustein... Wir sind hier jetzt erstmal hierbei... Ja... Weil sie verrührt ist... Ja... Sieht schon gut aus... Aber ich hab was vergessen... Entweder macht man da Milch rein... Oder Sprudelwasser... Da wir keine Milch haben... Hol ich eben Wasser... So... Schluck Sprudelwasser mit rein... Für die Fluffigkeit glaube ich... Keine Ahnung... Zack... Schauen wir mal... Sieht gar nicht so verkehrt aus... Ich hoffe das klappt... Was ich mir... Ausgedacht hab... Ich bin... Ich bin... Wie ne Schraubzwinger... Mhm... Ja du gehst erst... Wenn der gleich... Wenn der gleich zieht... Dann bin ich mal gespannt... Wo meine Hand hingeht... Matti grinst schon... So wie komisch... Schon wieder... Boah... Eingriff... Was hast du hier sehen du? Ja du bist auch hier... 40 Jahre Berufserfahrung... So... Jetzt wird nur breit... Aber nicht schneller... Aber was heißt das? Passt nicht... Geht... Zu trocken... Was... Zimmert ihr da überhaupt jetzt zusammen? Wir zimmern halt... Genau... Wir zimmern bisschen Gummi... Bisschen Metall... Wir versuchen jetzt diese Boxe rein zu führen... Und zwar gerade... Und jetzt wird ein bisschen... Was ist das für ein Spray gewesen? Silikonspray... Silikonspray... Weil wir haben ja schon gelackt... Dann kann man ja wohl Silikonspray benutzen... Und nicht wie die Leute sagen... Aber er geht schief... Sehe ich gerade... Aber wenn er schief reingeht... Dann ist er weiß oder nicht... Ja... Das ist schon richtig... Oder geht das gerade noch? Der wird sich wieder rein ziehen... Aber er will nicht... Wieder los... Eierumhüllung... Mantel... Dings... Bombs... Ist fertig... Toast nehmen wir jetzt... Das schneiden wir in... Dreiecke... Da wird das da drin eingeweicht... Und dann kommt das eigentlich in die Pfanne... Aber wir haben keine Pfanne... Deswegen nehme ich einen Topf... Irgendwie wird das schon werden... Schauen wir mal was wird... Zack... Schmeckt eigentlich gut... Hoffe ich... Töne Scheiben hier... Ein bisschen Deko haben wir dann gleich auch noch... Ich schmeiß das einmal in den Topf an den Dach... Der Topf steht auf dem Herd... Macht man eigentlich in der Pfanne... Ich weiß... Heute Impro... Improgramm... Entschuldigung... Improgramm hieß das ja... Erstmal Rama da rein... In der Zeit... Werden wir schon mal die Toast eintunken... Immer beidseitig... Und dann kommen die da gleich so rein... Ich hoffe das funktioniert... Was ihr mir hier vorstellt... Aber... Ich weiß das nicht... Schauen wir mal... Ne... Ist ja kein Meister von mir gefallen... So... Ich würde sagen... Jetzt geht's los... Nochmal wenden... Und dann kommen die hier rein... Bin mal gespannt... Ob das funktioniert Leute... Ich weiß jetzt auch nicht... Wann ich die umdrehen muss... Ich guck mal nach... Klappt nicht so wie ich mir das vorgestellt hab... Naja... Kann ja mal passieren... Ich glaube ich hab was falsch gemacht... Glaube ich... Hm... Irgendwas stimmt hier nicht... Das sieht irgendwie nicht so aus... Als ob das so original ist... Irgendwie hab ich das anders in Erinnerung... Ich hab keine Ahnung... Na... Spitzenkoch... Wie sieht's aus mein Junge? Wollte mich entschuldigen... Wieso? Ich glaub... Meine Idee war nicht so gut... Wieso hat das... nicht funktioniert... Was? Das funktioniert nicht... Was funktioniert nicht... Was ich vorgehabt hab... Warum funktioniert das? Das weiß ich ja nicht... Wenn ich koch... Kann ich dir... Sau sagen... Das war der... Der beste Spruch... Den ich von dir gehört hab... Bin ich Koch... Du treibst hier seit Wochen... Als Koch herum... Und... Und... Da... Was war denn dein Vorhaben? Na... Ich wollte so eine Art... Arme Ritter machen... Ich wollte... Rührei machen... Mit Gewürzen... Ja... Das Toaster... Und was hat dir gesagt... Feuer... Weiß ich nicht... Im Verein oben... Sind doch diese Pfannen... Die ich auch benutzt habe... Weil diese... Was sind denn... Pfannentöpfe da... Wo ich die Brote drin... Gebraten habe... Und so weiter und so fort... Was Didi sonst immer mitgebracht hat... Das haben wir oben im Verein... Auch stehen... Ein oder zwei Stück davon... Eine Pfanne solltest du holen... Was für ein Ding? Eine Pfanne... Das ist doch genauso gut im Topf... Nein... Warum nicht? Ja siehst du doch... Junge... Ein Topf hat doch nicht die Versiedlung... Wie eine Pfanne... Ja... Ich guck mir das mal an... Also ich wollte ja... Arme Ritter machen... Ja... Also Toast... Toast... Einfach ein Ei... Wälzen... Und dann Drahten... Und das in dem Topf... Ja... Wird das? Sieht doch doch... Schlecht gar nicht aus... Also meinst du... Die Idee war doch gar nicht so schlecht... Nö... Das Qualität... Du weißt... Im Programm... So verstehen sie gar nicht... Wir lassen Udo gleich mal probieren... Ich mach mal ein paar fertig... Okay... Ja... Die müssen noch ein bisschen braun werden... Ja... Die müssen noch nicht knacken... Scheiße... Das hat gewisser was zu tun... Ach... Wie konnte das denn jetzt wieder passieren... Ja du... Man kann auch nicht immer alles... Aber das ist auch ja... So ein bisschen... Improvisation... Ja aber ne... Jetzt noch mal so ein Hilferuf... Lieber... Sehr geehrter Herr Steffen Hensler... Ich brauche Hilfe... Lieber... Sehr geehrter Herr Steffen Hensler... Ja das wäre natürlich geil... Wenn der kommen würde... Ob der auch sowas kennt... Wenn der sagt... Das will ich sie... Ich glaube der würde mich... Über den Hof jagen... Dann wird nichts werden... Ich nehm die ersten mal raus... Ja genau... Halt mal die Kamera fest... Ich schwenke die... Vielleicht war das ja noch nicht heiß genug... Die die... Die die kämen... Oh guck mal... So... So... Oh... Kleine Kamera... So eine Kamera muss ich auch machen... Meinst das wird jetzt was? Ich glaube die sind zu dunkel... Guck mal hier... Probier doch... Wir probieren gleich mal... Guck mal das sieht doch gut aus... So schlecht sehen die gar nicht aus... Ne ne... Ich mach da noch welche rein... Ah ja Wahnsinn... Du machst das eben schön... Ich habe das auch geheim gewürzt... Das Eigel... Ah ja... Hier... 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 Soll ich euch jetzt koronarisch verköstigen? Ja, ich glaub's wohl. Das war der beste Spruch aller Zeiten. Weißt du, ich bin jetzt baff. Aber Olli hat auch Schwierigkeiten mit dem Neuen. Die sind ja größer jetzt ein bisschen. Das muss auch gerade rein. Und der verkantet immer so ein bisschen. Oh nein, entschuldigen Sie! Oh, entschuldigen Sie! Vielleicht krieg ich das doch noch gerettet. Ui, wie denn das? Ja, ich hab's einfach länger drin gelassen. Sieg die die Fachmeinung mit. Siehst du das? Hier, pass auf, er hat das ja in der ganzen Vorrichtung so. Und der ist ja breiter, der muss reingedrückt werden. Jetzt macht er das mit. Hab ich gesagt, ich zieh da fett zwischen. Dann kriegen wir's hin. Schauen wir mal. Würde jetzt eigentlich wieder so ein Projekt, wo ich 23.000 Folgen mache, bis alle Gummis drin sind? Nee, so viele Gummis haben wir nicht. Naja. So viele Buchsen. Das ist leider so, wenn du ein Auto restaurierst, dass du ein bisschen länger von einer Sache filmen tust. Oder meinst du, dass wir an einem Abend 5.000 Gummis reingezogen haben und 4.000 Kinder laufen hier rum? Oder wie? Ich dachte, das geht immer schwuppsi wupps und fertig. Ja, schwuppsi wupps. Das meinen wir alle, das geht schwuppsi wupp. Schwuppsi wupp, weißt du, was schwuppsi wupp geht? Warten. Wenn kein Panzer kommt und schwuppsi wupp ist, fährt er drüber. Du kannst meine Gedanken lesen. Pass dann bitte auf meine Arme auf, ne? Ja. Ich traue mich noch. Sieht es schon besser aus? Ja. Es haben ja schon viele gesagt, wir sind jetzt schraubstinne. Und dann sind es so. Wenn er was hält, dann hält er das. Wer kommt da mal? Wer kommt, genau. Ich küt, ich küt, ich küt. Sven? Mhm. Ich glaube, wir können einen Nachschritt einführen hier. Ich kenne den ja nicht. Nein. Warum nicht? Weil das ist kühler zu arbeiten. Was? Da wird was kühler beim Arbeiten. Ja. Von wegen, wir können nichts. Dream Team nennt man uns in Geheimsprache. Der erste Gummi von? Ja. Der ist komplett durch. Also hat das doch was gebracht mit dem Fett, ne? Man sollte auch bei Gummis Fett benutzen. So oder so. So oder so. Wo Anna sagt man Vaseline, ne? Ja, war Fett, ne? Ja. Wie viele Gummis haben wir jetzt noch vor uns? Bleibt ihr noch vor uns? Also die erste Seite sitzt drin. Da kommt ja eine Buchse drin. Dann eine Hülse drin. Genau. Das ist die hier. Die ist aus Metall. Die kommt hier rein. Die passt auch. Die wirkt. Da müssen wir ganz vorsichtig arbeiten. Wollen wir den auch so rein drin oder was? Den machen wir auch so rein. Dann können wir den Hälften mal durchziehen, ne? Bzw. Weil ich schon mal was dazwischen lege. Ja. Aber gleich da die Linie dran machen. Ja. Entschuldigung. Also hier siehst du den Volk. Hier. Da ist die Buchse drin. Cool. Ja. Und wie viele Buchsen müsst ihr da rein? Äh. Der kommt jetzt zwei. Vier. Das sind kleine. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Gut. Dann komm ich morgen früh nochmal wieder? Ja. Nützlich. Leute, es ist eben so. Oh, hier sind auch noch zwei. Ja, aber hier wird ja eingeschraubt. Ja. Ja. Dann hab ich auch ja schon drangeschraubt. Hast du das nicht gemacht? Nee, scheiße. Also, ich kann ja nicht alle auf einmal machen, aber dafür, dass wir das im Topf machen. Ist das alles in Ordnung. Sei gespannt auf das Endergebnis. Ja, da bin ich gespannt. Also die sehen ja Chaos. Sieht aus wie so ein Schnitzel, ne? Magst du mir noch einen Teller holen, damit wir ein paar Gürkchen schneiden können? Ja, ich hol den Tag. Geil. Didi schneidet jetzt Gürkchen, ich klem die Kamera hier hin. Weil... Ich probier aber jetzt mal. Dann kann ich weiter braten und so, Leute. Das war Qualität, oder nicht, Didi? Top. Aber wir können ja mal irgendwo uns anmelden, ob wir nicht mal zusammen in der Kochshow gehen können. Ja. Also ich will das geil finden. Ich auch. Ich unterstütze dich mit. Willst du die so klein geschnitten machst, wie wir die drauflegen? Ja, die packen wir gleich als zweiten Teller nebenan. Oder wollen wir die einmal so lang, so längs, ne? Guck mal. Das ist doch viel schöner. Wollen wir die einmal längs aufschneiden. Das ist Qualität. Oh Mann, ey. Das sieht aber keiner, was das alles verarbeitet ist. Das sag ich dir. Und dann ist Odo gleich wieder mit... Du wurdest ja heute so ein bisschen aus diesem Mantaprojekt rausgemobbt. Also deswegen habe ich mir gedacht, jetzt so... Ja, ich muss den Tisch halt noch abräumen, dass ich das Blech da drauflegen kann. Schmecken die, ne? Ja, lecker. Schmecken aber gut, ne? Kann man vielleicht ein bisschen Werbung für machen. Oma's Gurken. Oh, siehst du. Siehst du, vielleicht wäre das ja mal... Oh, süß-sauer sind die. Hm. Hm. Na, deswegen. Vielleicht kann man ja mal gucken. Ja. Deutscher Anbau. Ja. Seit 1890. Ohne Konservierungsstoffe. Deutscher Anbau, ja. Kann man nicht so sagen, ne? Also ich bin ja ein bisschen begeistert, dass das doch vielleicht klappt. Also, ob es daher schmeckt. Können die Zuschauer ja vielleicht mal beantworten, ob es in den ganzen Ländern Gurken gibt. Werden die überall gegessen in der ganzen Welt? Gurken. Ich glaube, die brauchen doch gar nicht so lange rein hier. Ne, das glaube ich auch, weil das ja Brug ist, ne? Sieht aus wie ein Schnitzel, geil. Kannst du kleine Papptellerchen gleich organisieren, Didi? Ja, bestimmt haben wir die da in der Küche. Genau, äh, in der Küche. Wir haben auch noch Bratwurst an. Ich glaube, die müssen auch noch immer auf dem Grillen. Ne, auch nicht mehr. Die dürfen dann nicht so lange liegen bleiben. Ein Gürkchen nennen wir noch, ne? Ja, auch. Die sind sowieso auch wieder am Meckern. Und es gibt gleich wieder drei Punkte und sowas. Ja, verstehe ich auch nicht. Ne, auch nicht. Liebe Zuschauer, guckt euch das mal an, wie schön ich Tomaten schneiden kann. Oh, hier. Tomaten, Gurken, ne? Wenn ich einen Instagram-Kanal habe, ich will ja auch einen kleinen Instagram-Kanal machen, ne? Ja. Aber wenn ich sowas mache, dann könnte ich ja auch sowas machen. Ein bisschen Gürfeln schneiden zu Hause. Oh, das sieht gut aus. Gerechtig. Kann man da so laufen lassen. Ja. Logo. Weil die Leute, die können ja was lernen von uns. Was ist hier denn passiert? Oh, da ist ein bisschen, äh... Oh ja, dann muss ich mal einfach noch einen Tickel hier färfen. So, Oli hat vor, das Ding hier genauso rein zu pressen, wie gerade eben. Nur, er denkt, wenn er das dann zieht, dass dieser hier schief geht. Mhm. Dann haben wir hier. Als Gegenpart. Und das funktioniert. Dann haben wir hier gar keinen Druck drauf, sondern nur hier. Dann müssen wir vorsichtig mal gucken, ob das funktioniert. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das, du meinst. Ja. Vielleicht haben wir das... Ja, aber ich muss ein bisschen Paste haben. Oh, ist das... Ja, das ist jetzt normalerweise nicht richtig Fett dafür, aber... Da wir nichts anderes haben, nehmen wir die teure Bremse in der Paste. Und gleich flutsch, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich beobachte dann die ganze Größe. Und jetzt bin ich zufrieden. Nee, aber die fällt mir nicht. Aber der kommt rein. Der reinkommt? Ja. Merkst du, der kommt? Oh, der kommt ja. Aber auch nicht. Und was würdest du machen? Ich würde jetzt ein Holzstück, damit du den Teil nicht kaputt machst, hier drauflegen und mit dem Hammer draufhauen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Naja, aber damit machst du den ja als Recht rum. Ja, ja gut. Ja, aber du hast den doch hier aufliegen. Ja, aber darum geht es ja eben, dass wir den hier nicht zusammenquetschen hier. Warum sind wir jetzt hier und was passiert jetzt hier? Wir müssen einmal das wieder ein bisschen zurückdrücken, weil ich habe jetzt herausgefunden, was wir dazwischen liegen können. Weil wir haben Angst, dass sich das verbiegt. Gut. Und jetzt kann Olli den Schlüssel dazwischen setzen. Vielleicht klappt das. Vielleicht klappt das. Dass der nicht schief geht, wenn wir den andrehen. Mhm. Und das ist nämlich jetzt das Hauptproblem. Weil sonst hast du nachher... Weil der geht rüber. Mhm. Spannung. Udo! Olli! Zum Arsch! Essen! Wir stehen in Lugeta hinter dir. Da musst du nicht so schreien. Das hört sich so. Die Größe, die wir hatten. Didi! Ich drehe hier nochmal am Rad. Was machst du da? Im Film? Was machst du da? Ich fülle meinen Bereich. Du kannst deinen Bereich füllen. Das ist schon lange erledigt, wenn ich so lange brauche. Das macht die Dinger aus. Ich muss mir ganz zu... Welche Kippe sind hier am ganzen an Qualmen? Oh. Entschuldigung. Aber das funktioniert nicht. Das ist gut. Das geht nicht. So. Und wenn wir die Buchse jetzt reindrücken. Ja? Oder hier. Wir haben Angst, dass der Abstand dann nicht mehr stimmt. So, wir drücken die Buchse jetzt rein. Wir hatten einen Schraubschlüssel dazwischen. Da kriegst du den Schraubschlüssel aber nicht mehr raus. Ja. So. Und dann habe ich zu Olli gesagt, du kannst nur hier oben ein Stück reinsetzen. Aber nicht da, wo wir das Ding durchjagen. Mhm. Vorher gibt es noch kein erstes Stück kalt. Oh. Ab Udo können wir nicht warten. Ab Udo und Olli können wir nicht warten. Dann ist das nämlich alles kalt. Bevor die so fertig sind, ist Nacht. Jetzt 12 Uhr. 24 Uhr. Wie geht das zu dir, die die Arbeit bewegen? Ja, wir arbeiten ja auch. Ah ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, deswegen. Du bist ja so in deiner Sache fixiert. Du siehst gar nicht, was um dir herum passiert. Und hier ist schon vieles passiert wieder in den letzten 10 Minuten. Hallo. Am Kochen mit Torm und jetzt hier Zauermachen. Ja, genau. Ich bin am Kochen. Zwischendurch habe ich Tormel unterstützt. Und jetzt bin ich hier die Platte. Das war ja meine Aufgabe auch von Anfang an so ein bisschen, weil ich das Blech da drauflegen will. Dass ich das vernünftig anzeichnen kann und ausschneiden kann. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja, was meinst du, wie ich abgehe? Aber das mache ich ja auch immer nur, weil ich jetzt gerade gesehen habe, was es für leckeres zu essen gibt. Ach so. Und weil die ja nicht so schnell da hinten vorwärts kommen. Und ich freue mich. Ah, ich kriege schon Appetit. Weil das sieht ganz lecker aus, was Tormel wieder gemacht hat. Ah, ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin da eigentlich gespannt auf die Punkte verteilen. Was ist denn jetzt hier los? Ja. Okay wird es hier los. Es ist voll los. Es ist voll los. Es ist. Angesichts des Schweißes standen wir hier draußen und haben euch was zu essen gemacht, damit das hier nicht heißt. Der kocht ja gar nicht mehr. Obwohl ich jetzt wieder kochen wollte, wenn Steffen Henssler kommt. Oder bei der Challenge gegen Udo. Naja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, der Manta muss fertig. Wir sind arm, wenn der Manta fertig ist. Deswegen habe ich versucht, euch heute köstliche arme Ritter zu zaubern. Guten Hunger. Ich war kurz davor, eine Wassermelone zu kaufen. Die schön mit Scheiben zu schneiden. Und auch mit dran zu kriegen, ja. Und auf einen Teller zu packen. Hab ja auch einen quälen. Ich fühle mich jetzt gerade wie so ein armer Ritter. Da hat er dein Ziel ja erreicht. Udo sagt gar nichts dazu. Didi, ganz ehrlich. Wenn er Punktebewertung haben will, muss man das auf den Gaumen zergehen lassen. Das stimmt. Du musst dann genießen. Also ich muss dir leider sagen, ich hätte es schöner angelegt. Boah Sven, ganz ehrlich. Was ist denn das hier, Alter? Wie, was ist das hier? Das sieht aus wie... Das war Didi. Wie hingeschmissen. Warte, da kommt doch sowieso alles im Magen. Im Magen habe ich jetzt alles durchgemacht. Punkteverteilung. Also ich muss sagen, Tom, jetzt habe ich gedacht, das klappt nicht. Aber jetzt, wo ich das gegessen habe. Natürlich kann man auch merken, wer die Gurken geschnitten hat und die Tomaten. Ich habe dich ja voll unterstützt. Ja, hast du. Aber ich muss echt sagen, für dieses Gericht. Ja. Was ja ganz einfach ist. Ja. Gib ich dir 10 Punkte. Boah. Boah. 10 Punkte für. Weil da hätte ich nicht mit gerendet, dass das so gut schmeckt. Ich auch nicht. So, du kriegst da von mir 10 Points. Das sind ja Überraschungspunkte, oder? Nee. Das war doch fluffig. Dann lass erst mal die anderen. Wenn ich einen Toast nicht brate oder Gülle voll, dann bleibt der fluffig. Olli, mach du erst. Jetzt bin ich ja das *** noch. Vier Punkte. Hä? Warum? Ja, weil das für mich vier Punkte sind. Ja, Begründung. Begründung? Du hast einen Toast in Dreiecke geschnitten, du hast ein Ei rumrum geschmissen. Ja. Und der Rest ist ja nur gekauftes Beilagenzeug. Ja, aber ich hab ja die Ei-Mischung gemacht. Die Ei-Mischung gemacht. Hast du nur geschlagen. Die Rührei. Gut. Jetzt bin ich dran. Also. Das Optische, muss ich echt sagen, sieht top aus. Nicht angebrannt. Das ist für mich immer ganz wichtig. Es ist knusprig. Die Ecken. Die Ecken. Also auf jeden Fall 10 Punkte. Kriegt der, der die Gurken besorgt hat. Das sind Omas Gurken. Das sind die besten Gurken überhaupt. Danke, danke. Und auch die Tomaten. Ganz, ganz lecker. Nee. Und für deine Zubereitung, Torben. Ja. Muss ich echt sagen. Das hat mich jetzt auch, wie die, die auch gewundert. Mich selber auch. Dass du das so hingekriegt hast. Ich hab damit nicht gerechnet. Da bin ich ganz ehrlich. Und für diese Speise hier. Ich leg jetzt mal die Messlatte hoch. Dann hast du schon, ich glaub das wird die höchste Bewertung, die ich dir jemals gegeben hab. Ich gebe dir die Glatte 9,5. Boah. Mit farmen Ritter. Wie soll er sich denn noch steigern bei den Punkten? Ja, aber ich kann ja besser 9,5 als 10 sagen. Ja, dann. Weißt du, er muss sich ja noch steigern. Ja, aber bei 9,5 und bei 10. Darauf geht's ja nicht. Aber er hat das, guck das optisch schon mal an. Das sieht super aus. Ich glaub, das System muss sich noch erhöhen auf 20 oder so. Ja, genau. Aber man muss ja versuchen den Standard zu halten. Achso. Olli ist doch noch nach oben. Dem muss man so ein riesen Kotelett auf dem Teller packen. Nein, nein, nein. So und jetzt bist du dran Sven. Ich. Ja. Er wertet ja wieder für sich, weil ich ihn gefragt hab, ob er losfahren kann. Pass auf. Jetzt könntet. Komm, wir hören alle zu. Ich gebe dir 9 Punkte. Boah. Zieh dir aber 5 ab, weil ich einkaufen war. Das ist ein Deal. Aus einfachen Dingen kann man viel machen. Aber ich bin selbst überrascht. Aber ich hab da so ein bisschen dran gedacht, wie meine Mutter das damals gemacht hat. Ja. So das Ei, bisschen gewürzt, schön gequirlt. Hast du das gewürzt? Ja. Überleg die Punkte doch mal jetzt. Nee, nee. Jetzt überleg die Punkte doch mal. Du musst ein bisschen mehr gewürzt haben. Ja, er mag ja nicht jeder. Deswegen steht das ja hier noch. Achso, ja. Nächstes Mal überwürze ich das. Moment. Wir können eine Abstimmung machen. Wer ist für mehr Gewürze generell? Ja gut. Auf eure Verantwortung. Ja, ich war noch nicht zu Ende. Und dann eigentlich kenne ich das so. Entweder so einen Schuss Milch hatten wir nicht. Da hab ich dann aber so ein bisschen Blub Wasser genommen. Damit das so ein bisschen... Ja, was? Schmeckt es euch? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Lass uns aufräumen. Ich muss weg. Ein bisschen Fluffiger hast du es gemacht. Ja. Mit dem Wasser. Ja. Entweder hat man Milch oder Sprule Wasser. Ich sage, das war bis jetzt das Beste, was du hingekriegt hast. Boah. Und ich hab gedacht, ich scheitere wegen... Ich hab noch nicht mal eine Pfanne gehabt. Ich hab das in dem Topf gemacht. Ja, da kannst du mal sehen. Ich hab das in dem Topf gemacht. Wie viele Punkte du jetzt gesammelt hast. Ja Mensch. Und das Beste ist, wenn du das mit einer Cola runter sprichst. Da oben war die Omas Glöckchen. Die sind so lecker. Die waren wirklich lecker. Ja. Und auch so... Hörst du das? Ja. Knacken. Schön, ne? Die sind nicht fruffig. Die sind frisch, knackig. Ich bin Gurkenfreund. Wirklich. Ich hab viele Gurkensorten schon ausprobiert. Ja. Ich bin auch an einigen Gurken... Die hab ich einraus, reingebissen. Die waren so weich. Ja. Da hab ich die Flüssigkeit runtergemacht. Hab wieder getan. Oder meine Frau hat die dann benutzt für Kartoffelsalat und das, ne? Ja. Also... Tut mir leid. Ja. Die müssen reinbeißen. Und die sind noch so lecker gewürzt. Ja. Ein ganz leichter Pfefferschem-Geschmack hinterher. Dann kann ich los. Ja. Tom, was treibst du jetzt schon wieder? Ich muss noch wohin. Das weißt du wohin. Ich muss noch. Ja. Gut. Machen wir mal auf 90. Hast du die Maße nicht schon mal in Saabok geschickt? Ja. Hab ich schon mal gemacht. 90. Und dann setzen wir hier die Kante. Hier. Das nehmen wir dann ein bisschen höher. Sonst hätte ich die noch mehr nehmen. Während du beim Didi warst, haben wir mal ein bisschen was experimentiert und haben jetzt einen Weg gefunden, wie es geht. Und jetzt darfst du das gerne... Wir haben einfach zwei Muttern dazwischen gelegt, damit sich das gar nicht verzieht. Und jetzt geht auch, siehst du, der bleibt los. Aber hier oben war immer, dass er reingegangen ist. Und jetzt kannst du ihn so... Ja, jetzt kommt er hier an die andere dran. Ja. Jetzt kommt er an die zweite. So, ich klemm dich gerade ein. Ja. Ich drehe den dann dagegen. Siehst du noch was? Ne, jetzt sehe ich nichts mehr. Weißt du das? Okay. Er dreht jetzt. Aber er kommt. Vielleicht tun wir da auch noch ein bisschen Fett dran. Oder ist er schon durch? Das ist schwer, Didi. Ja. Das haben wir bei den anderen Boxen auch. Das ist ja nicht so einfach. Wir drücken von hier oben rein. Die Schraube. Die Mutter ist ja keine Schraube. Ja, Mutter. Aber das geht leider nicht. Wenn wir jetzt ein Gefrierfach hätten, dann hätte man den auch ins Gefrierfach legen können. Weil Metall zieht sich ja zusammen. Heißt, der Durchmesser würde sich minimal verringern. Und wenn man dann den noch ein bisschen warm macht, dehnt der sich aus. Und dann kannst du ihn so rein ploppen lassen. Und dann gleichen die Temperatur wieder an. Der zieht sich wieder zusammen. Der geht auf. Und dann ist das wie eine Presspassung. Und dann geht das auch ganz anders. Wird auch sehr oft gemacht. Aber sonst haben wir hier nicht so gutes Equipment. Dann brauchen wir nur noch so ein Stück. Also so gefuscht habe ich noch nie. Wie du. Dann bist du auch hier bei den Fußern. Dann wird das Lernst. Ja. So. Hast du dein Edding rausgeholt? Ja. Habe ich schon wieder weggebracht. Hier habe ich Blech jetzt auf den Tisch gelegt. Tisch sauber gemacht. Aufgeräumt. Hier angezeichnet. 90 lang. Sechs, fünf breit. Und dann müssen wir das mal ausschneiden. Das mache ich heute aber nicht mehr. Ist mir zu warm. Ausschneiden und dann da hinten mal anpassen. Ich weiß nicht, ob wir das in eins reinkriegen. Sonst müssen wir das mal teilen. Ja. Dann teilen wir das einmal. Schneiden das mal durch. Und machen das in zwei Teile. Ja. Weil wir die so ein bisschen ankanten müssen. Ja. Dann müssen das so ein bisschen runden. Dann müssen wir mal gucken, wie das mit der Höhe passt. Es hat keine gerade Stelle. Was? Es hat keine gerade Stelle. Ne genau. Da ist so ein kleiner Knick drin. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Aber ich bin gut für den. Wir schaffen das. Und kriegen wir wohl hin. Und dann ist ja im Prinzip das auf das letzte Blech. Was wir denn da reinsetzen müssen. Das andere noch, was links da drin gesetzt, muss noch ein bisschen nachgeschweißt werden. Und dann ist es eigentlich in Ordnung. So. Oli nimmt die Teile mit zur Arbeit. Weil er hier einfach das Equipment nicht hat, um das gerade reinzutreten. Ja. Ich kann mal gucken, dass wir da Abstandshülsen haben, die wir dann hier einsetzen können. Dann kriege ich ja mit, dass wir das dann hier machen können. Aber dann kann ich ja mal gucken. Weil ich aber noch zeigen wollte und noch zeigen muss, ist ja, wie die Bühne runtergeht. Mhm. Gucken wir mal, wie ich mache. Ja. Weil sonst, wir drücken wirklich. Wir haben Angst, dass wir das Ganze verschieben. Mhm. Und dann hast du nachher ein Flummi-Auto, nicht? Das wäre verluffend. Das ganze Gelenk und, und, und. Nee, das wollen wir nicht. Du hast ja schon gedacht, dieser komische Hebel, der sich hier bewegt. Ja, genau. Der hat auch eine wichtige Rolle. Das ist nämlich die Sperre. Hier war ja mit der Zweikopfbedienung. Ja, das haben wir auch. Gehen wir nochmal kurz. Jetzt ist ja nämlich hier, ist ja diese Leiste mit den Löschern. Und da rastet immer die Klinke ein. Deswegen musst du den jetzt weghalten und senken. Und siehe da. Wenn ich das loslasse, rastet er wieder ein. Das ist ja wieder eine Klinke. So. Und dann hoch. Und der im Freien ist und da am Robert unten einfach bis zu halten. Wunderbar. Bis er unten ist oder wenn wir da unten hinhaben. Wie ich sage, haben wir schon wieder mal Klinke? Nee, ist halt nicht. Dann leert er auch nie aus. Ja. Die, die man täglich nutzt, die haben natürlich eine hydraulische Sperre. Das sind Elektromagneten, wo dann die Klinke dann elektromagnetisch ausgefahren wird, das dann absenken kann. Dann brauchst du sowas nicht hier. Ja. Das ist Qualität. Das war es eigentlich schon. Schön. Und jetzt sieht der Mann tauschen wieder ganz anders aus. Ich bin noch tiefer gekommen. Ich bin noch tiefer gelegt. Ja. Noch tiefer liegen. Hör auf. Hör auf. Ich habe da einen Kollegen, der hat eine gute Idee mit Ketten. Wie heißt der Kollege? Wie heißt der denn der Kollege? Der steht hinter der Kamera. Oh, was wäre das geil. Boah, wer gesagt. Wir haben uns jetzt in der Firma, nur kurz, der Mati hat das ja mit dem Brennflüssigkeit für die Armaturen und so weiter. Der Amateur kam jetzt zu mir und sagte, wir haben sehr viele Diesel, die total verkuckt, Kugel innen drin sind oder verrußt sind, weil die hier sehr viel Kursstrecken fahren. Motorschäden am Dauern. Momentan ganz viele da. So, aber der Ansaugtrakt und so weiter. Das soll ja nicht immer ganz neu. Dann hatte der einen Teil, das war wirklich schon richtig wie glasierter Tee. Also Teer. Teer. Wie kriege ich das weg? Da habe ich bei die Kimuli angerufen, ob die was haben zum Einlegen. Zum einen haben wir nichts. Ich sage, weißt du was? Wir nehmen jetzt die alte Brennflüssigkeit. Hab mich an nie erinnert. Haben die gestern gemacht. Eingelegt. Heute, ganz im Schraubendreher, so wegpädeln. Alles geht ab. Also, alte Brennflüssigkeit ist das Heilmittel. Wahnsinn. Also auch für diese Verkrustungen, die sogar schon glasig sind. Das heißt, im Umkehrschluss macht das wie bei Einspritzdüsen, wo der auch oben drauf dann sehr viel verglas ist durch die Hitze. Wird Brennflüssig einwirken lassen. Funktioniert wirklich. Das ist schon genial. Wie lernt man doch mal was. Ja, man lernt doch mal was. Ja, man lernt doch mal was. Ja. Ja, schränke ich dir. So, ich habe die aufgeräumt, was wir jetzt machen. Was ist das? Das ist meine, oder? Nein, nein, nein. Ich habe es so angezeichnet. Wofür sind die zwei Klippischen zum Üben, oder was? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Und mit Scheiße, die Hand? Nein, mit Plex. Plex. Ja. Und was willst du hier machen? Ich weiß nicht. Anstatt hier die Platte draufzuschneiden. Das ist doch egal, wir haben mal ein Schweißgerät. Das wird sowieso gehoben. Das Blech kriegst du sowieso nicht in Eins rein. Das wirst du sowieso mal durchschneiden müssen hier. So. Wir machen Feierabend. Ja. Wir haben alles versucht. Wie man uns kennt. Im Schweiß und des Angesichts, ne? Bei der Hitze. Wie man uns kennt, die Forscher klappt nichts. Ich verzweifle bald. Wieso? Bei mir hat doch vieles geklappt. Ein bisschen was drin. Muss ich sagen, heute. Ja, das stimmt. Ich habe also aufgeräumt, Tisch weg. Ich habe auf dem Kochen. Jetzt habe ich das Blech schon angezeichnet. Werde ich ausschneiden. Muss sowieso einmal durchgeschnitten werden. Schweißgerät. Reinsetzen. Fertig. Also wenn du am nächsten Mal kommst, ist das schon fertig. Machst du alleine Nachttisch schon. Bei Didi klingt das alles so einfach. Tschüss. Das wollte ich einfach schon mal. Passt auf euch aus. Tschüss. Tschüss. Immer positiv denken. Immer positiv denken.